Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben mit der CSS einen Götapartner gefunden, der jetzt drei Häuser von einem Shop gekauft hat. Hier haben wir rund 44 Mietgewohnungen plus eine Gewerbefläche. Wir machen in zwei Gebäuden je 14 Verkäufswohnungen. Die CSS Versicherung investiert in Immobilienprojekte in der ganzen Schweiz. Wir haben hier im Wallis noch nichts. Wir haben diversifizieren, darum haben wir auch hier etwas gesucht für die Realisierung. Ich glaube, dass die Bestätigung, dass Brigglies eine tolle Wohnqualität hat, ist auch vom öffentlichen Verkehr national und international sehr gut angeheicht. Es sind Arbeitsplätze, die hier oder in einer Umgebung sind. Aber vor allem hier, wo der neue Spital gebaut wird, wo auch das Bauwillingsverfahren ist. Wir haben ein paar Baustellen im Moment oder in Planung. Und ich finde, das ist eine gute Entwicklung. Es ist auch eine kontrollierte Entwicklung, die das Zentrum von hier bestätigt, wo das noch freut. Das ist die richtige Richtung. Bis zum nächsten Mal.